BurnBit.com Web-Downloads und Torrents umwandeln Möchten Sie große Downloads nicht über Ihren Browser herunterladen, weil Sie Angst haben, dass der Download abbrechen könnte und Sie den Download dadurch neu starten müssen? Dann wandeln Sie Ihre Web-Downloads doch einfach an eine Torrent-Datei um, die Sie einschließend mit Views, Mutorrent, Bittorrent oder jedem anderen beliebigen Torrent-Programm herunterladen können. Wie Sie aus einem Web-Download einen Torrent erstellen können, werden wir Ihnen in diesem Video kurz zeigen. Navigieren Sie auf die Webseite BurnBit.com. In der Zeile Burn haben Sie die Möglichkeit, einen Link zu einer beliebigen Datei im Internet anzugeben. Wechseln Sie nun zu der Datei, die Sie über das Bittorrent-Protokoll auf Ihren Rechner laden möchten. In unserem Beispiel verwenden wir dazu den Download von Ubuntu. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link zur Datei und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Link-Adresse kopieren. Wechseln Sie nun zurück zu BurnBit.com und fügen Sie den Link in die Leiste Burn ein. Über die Schaltfläche Burn starten Sie die Erstellung des Torrents. Die Datei wird nun auf den BurnBit-Server geladen. Dies kann je nach Größe des Downloads und Verbindungsgeschwindigkeit des Hostrechners durchaus einige Minuten Zeit benötigen. Nach erfolgreicher Erstellung des Torrents lässt sich die Datei über die Schaltfläche Download Torrent auf Ihren Computer herunterladen. Den Download können Sie anschließend mit einem Torrent-Programm Ihrer Wahl, beispielsweise Views oder MyTorrent, starten. Das war Bitsание des Torrents lässt sich doll jeden Tag noch weiter mit einer нить Brüpfonik.